Wir Südtiroler sind wahre Weinliebhaber. Bei Geburtstagsfeiern zu speziellen Anlässen oder einem ganz normalen Abendessen in der Familie darf bei vielen ein guter Tropfen Wein nicht fehlen. Viele Südtiroler wollen den Wein aber nicht nur trinken, sie wollen auch etwas davon verstehen. Deshalb besuchen viele Menschen Seminare und Fortbildungen zum Thema Trauben und Wein, zum Beispiel an der Südtiroler Weinakademie. Weinland Südtirol in Zusammenarbeit mit Südtirol Wein. Getrocknete Marillen, frische Gräser oder ein Waldboden nach ein paar Tagen Regen. Solche düfterichen Weinliebhaber in einem Glas Wein. Für Laien und Nicht-Profis klingt das vielleicht seltsam, aber das kann gelernt werden. Das sagt Christine Mayer, die Präsidentin der Südtiroler Weinakademie. Um das Verständnis für Wein bei den Südtirolern zu fördern, hat sie mit anderen Experten und Weinliebhabern die Südtiroler Weinakademie gegründet. Gegründet wurde die Weinakademie im Jahre 2010 mit dem Anspruch, Kurse, Seminare, Events für Weinbegeisterte anzubieten. Zurzeit erlebt der Wein bei den Südtirolern einen regelrechten Aufschwung, sagt Christine Mayer. Denn viele, die jahrelang Wein getrunken haben, wollen jetzt auch etwas davon verstehen. Die Nachfrage nach Kursen und Fortbildungen rund um das Thema Wein ist deshalb sehr groß, sagt Christine Mayer. Auch weil es im Moment sozusagen in ist, sich mit Wein zu beschäftigen und eine gewisse Kenntnis über den Wein zu haben. So wie man früher über das schlechte und gute Wetter sprach, spricht man heute über den Wein. Aber nicht nur mit Wein wollen sich die Südtiroler auskennen, sondern mit allem, was typisch Südtirol ist, sagt Christine Mayer. Also nicht nur mit Lagrang, Blaupurgunder, Sauvignon und Co., sondern zum Beispiel auch mit klassischem Südtiroler Speck, Äpfel oder Grappa. Deshalb gibt es an der Weinakademie auch Ausbildungen zum Genussbotschafter. Dies ist eine Ausbildung, die sehr viel Erfolg hat, wo man eben Südtiroler Produkte und Südtiroler Genuss von der Pike auf lernen kann. Fachwissen verknüpft mit Genuss steht bei allen Kursen der Südtiroler Weinakademie im Vordergrund.